Ja Leute, willkommen zurück zu Halo 4. Wir sind genau hier wieder, wo wir aufgehört haben. Und jetzt machen wir mal weiter hier. Warte, warte, warte. Das schieße ich ab. Das schieße ich ab. Ne, wird nix. Scheißegal. Öh, haben die einfach mein Geschütz weggeschossen. Verstärkungen! Halten Sie sie auf! Soll ich schon runterjumpen? Ne, das wäre zu viel gefährlich. Zu viel gefährlich. Volle Kante hinten rein. Der hat gesessen, er hat einen Schuss. Oh, den habe ich gar nicht kommen sehen. Erst als es zu spät war. So, erstmal ein bisschen das Mikro richten. Okidoki. Na, setzt das Teil meiner genau dort wieder ab. Sag mal, wie hat der, wie hat der Rave das gemacht? Im Drehen hat der auf mich geballert, schon wieder. Als ich jetzt nicht aufgepasst hätte, hätte er mich wieder erwischt. Wie hat der das gemacht? Kann man das Geschütz eigentlich abnehmen? Hätte er sein können, irgendwie, weißt du? Im Master Chief kann ja alles. Aua, 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 geht weg! Ah, eine Gauss-Kanone, geil! Uh, yeah! Eine Gauss-Kanone. Ach, da ist ja noch eine. Boah, Alter, was ist denn los gerade? Voll übelst am Limit mit dem Zielen gerade für mich. Das Schiff geht über der Hoche Ebene nieder. Es gibt einen Graflift in den Bauch des Schiffs. Mit ein bisschen Timing könnten wir damit an Bord gelangen. Ja, ihr schafft das schon, Leute. Nein! So, dann stellen wir uns mal ein Kampfgewehr. Ich habe auch mittlerweile den Multiplayer mal ausprobiert, ausgiebig. Ja, und der macht richtig Bock wieder. Macht richtig Bock wieder. Ungefähr so, wie hier zu sterben. Nee, ich weiß nicht. Ich habe bisher nur Infinity Showdown gespielt. Und, also, das heißt einfach, ganz normales Team-Best-Match ist das. Und Capture the Flag. Aber auch nur, weil ich dazu gezwungen worden bin. Ich bin eigentlich nie so für objective-basierte Spiele, egal, welche, welches Spiel. Ich mag das nicht. Flaggen holen und, oder hier Oddball und sind eine Kacke. Obwohl Oddball geht noch so. Obwohl, das ist eigentlich so gesehen das Gleiche. Nee, war da mal Oddball? War das Oddball? Ja, Oddball, nee, Oddball geht in Ordnung. Dann muss er den Ball halten. Das ist noch okay. Aber irgendwie so Flaggen holen und, das ist nicht mein Ding. Ich mag das einfach nicht. Weil man da so krass sehr im Team spielen muss. Und ich bin scheiße, weißt du. Dann stehe ich nämlich auch in Verantwortung. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein, deswegen nicht. Aber ich mag das einfach nicht. Ich mag Capture the Flag nicht. Ich finde es einfach... Für zweite Runde geht das... Nein, ich kann... Ich enter dich jetzt. Nein! Der ist gerade... Der ist gerade kaputt gegangen. Wenn jetzt zwei der Runden geht, in Ordnung. Aber dann... Dann reicht es auch erstmal. Komm doch, komm doch. Wie den Typen ist da drinnen überhaupt nicht juckt. Ey, ohne Witz. Alter, jetzt reicht es. Ich verstehe auch gerade überhaupt nicht. Auf dem Ding sind noch mehrere Leute von mir. Warum spielen die nicht... Wollen die nicht mitmachen? Wollen die nicht mithelfen? Alter, das hat ja wieder sehr geil geklappt. Ich finde ja wieder einige Argumente in den Kommentaren. Über meinen Spielstil finde ich wieder wirklich sehr geil. Du bist ja nicht gerade der beste Halo-Spieler. Ja, was erwartet ihr? Dass ich jetzt hier... Dass ich live und direkt aus der MLG komme oder was? Und... Was weiß ich... Final Boss besiegt habe und so. Und jetzt euch die Kampagne präsentieren oder was? Also solche Kommentare. Ohne das... Ich immer kurz vorm Aus zu resten. Nein, Spaß. Mich interessiert das eigentlich gar nicht. Ich schüttel halt nur den Kopf. Und dann habe ich das abgehacktes Thema. Ich nehme die mal mit. Okay, Koppel? Ich renne jetzt einfach durch, weißt du was? Wenn mir hier niemand hilft gegen den Wave. Und ich habe nichts ordentliches dagegen. Da ist auch kein Bock dagegen zu kämpfen. Alter, no! Alter, no! Alter! Oh Gott Hä? Achso, das ist kaputt Ich wundere mich schon, was macht denn hier die komischen Gerüche die ganze So, wie komm ich denn jetzt hoch? Arschloch Ich muss auch normal hochkommen können, oder nicht? Wow, wow, wow So Oh, warte Leg das mal ab Genau deswegen nämlich Mit dem Ding bin ich zu langsam Oh, 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 oh Abfehlern So hat man, genau so hat man die Ah, jetzt fällt mir natürlich dann nicht der Name ein Hier, die Spinnviecher aus Heide 3, wie hieß die? Genau, Scarabs Genauso hat man die kaputt gemacht Komm, geh in den Arsch jetzt Danke, Chief Für ein Weilchen wurde sie ein wenig brenzlig Alle Einheiten um uns formiert Ihr Schweine Ich schicke ein paar Teams zur Ablenkung raus Damit sie den Gravitations-Trichter erreichen Verstanden, Sir Ausrücken, Gypsy Shadow Company, Castle Company Machen Sie Druck auf die anderen Kanonen Castle hört laut und deutlich In Stellung Bereit zur Unterstützung Shadow-Anführer an Infinity Feindlicher Luftkontakt Starke Feindkonzentration an den Stellungen Wo muss ich denn jetzt? Wieder auf meine Position? Oh, yes Was ist denn jetzt los, Alter? Boah Alter, was ist denn jetzt los? Warum ruckelt es so hardcore? Das ist nicht die Aufeinander, das Spiel ruckelt ohne Ende gerade Alter Alter, was war das denn jetzt? Sehr geil programmieren, muss man sagen Boah So, jetzt geht's wieder Und wenn ihr es nicht schafft, so einen Übergang, so einen Level-Übergang zu machen, Alter Dann macht ein Bildschirm, äh, die Ladebildschirm Also ist jetzt los Schon okay Wie? Wie kann das okay sein? Wie kann es okay sein, wenn ich sie in Gefahr bringe, weil ich mich nicht zusammenreiße? Chief Verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen Wir denken uns buchstäblich zu Tode Du weißt, dass ich das nicht zulasse Und falls es trotzdem passiert? Da gibt's keine Antwort erstmal Der weitere Weg ist komplett blockiert Das war's erstmal für den Mammoth Der Befehlstand der Partikelkanonen ist am Ende des Grabens So, allein wenig schneller Wir sehen uns dann auf der Infinity Commander Oh Hätte ich Munition mitnehmen können? Oh, 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 Junge Snapcode ist am Start Ach, du Scheiße, du Dick Oh, oh, du kleine Sau da oben Na, willst du mich verarschen? Da hab ich dich gerade hinabgeschossen, du Sau Ihr Schweine Ich hab dich da oben gesehen, du Schweinebacke Erstmal deinen Kumpel hier wegschießen Ha, ha Hat der nicht sein Strand, da ist es doch Der, 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 was ist hier drin? Sniper, Sniper Wo, wo wurde ich jetzt? Ach, da oben Boah, die sitzt, die sitzt, die sitzt, die sitzt Alter, ihr Scheiß-Snipe-Köppchen Ja, jetzt musste ich nachladen, ey, Junge Jetzt hätte ich einen übelsten Fünffach-Kill gemacht Wo sind denn noch welche? Da ist einer Äh? Der zweite war aber wirklich drauf Der erste war wirklich so ein bisschen So ein bisschen daneben Hallo Alter, diese Scheiß-Plasma-Pistole sollte man nicht unterschätzen Man kann da nicht da durchschießen Alter, ist das schlecht Ziemlich verarschen Oder ist da Na, stimmt Da könnte natürlich auch Glas dazwischen sein Was man von hier nicht erkennt Na, guck mal, ne Da kann ich durchballern, ne Ja, da kann ich durchballern Wieso da oben denn nicht? Wieso denn da oben nicht? Erstmal in aller Seelen Ruhe Hier alle abschießen